Hallo, ich bin Devin Meyers, Videokünstler aus Leipzig und ich projektiere hier für die Reality-Halle die gesamte Video-Infrastruktur und helfe dem Team von Nude Plus, dem Produzenten des Films, bei der Umsetzung der MLSI-Show für die Projektion hier in der Halle. Wir sind jetzt drei Wochen vor der Premiere, natürlich sind alle hier auf Hochtouren am Arbeiten und wir haben in der Vergangenheit schon sehr viele technische Hürden genommen. Einige kleinere Hürden liegen noch vor uns, aber im Großen und Ganzen sind wir im grünen Bereich. Jetzt geht es einfach darum, dass wir alle auch mit Energie zufrieden sind und das Feintuning so weit vorantreiben können, dass wir eine Premiere zeigen können, in der wir alle 100% zufrieden sind. Danke.